Leute, 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 was war das für eine letzte Folge, ey? Ja, eine halbe Stunde haben wir das Ganze aufgenommen. Ist viel passiert. Ich glaube, ich versuch's ja immer zusammenzufassen, ne? Aber ja, die Sowjets haben am Ende einen Bürgerkrieg gekriegt. Die Briten haben der Rheinland-Besetzung auch entgegengewirkt, sodass das Rheinland immer noch demilitarisiert ist und wir zudem jetzt ein Bündnis mit Italien haben und mit Britannien und deren Marionetten. Ja, Britannien ist jetzt erstmal im Krieg gegen Pakistan, also da gehen wir jetzt erstmal nicht mit rein. Wir haben ordentlich Stabilität, wir haben ordentlich Kriegsunterstützung und ja, haben jetzt gleich defensive Strategien abgeschlossen und haben damit dann die gespaltene Regierung weg und kriegen dann endlich mal wie jedes normale Land über eine politische Macht pro Tag und nicht nur 0,5 oder was wir jetzt kriegen, 0,49. Ja, und dann würde ich sagen, ja, unsere Armee haben wir noch ein bisschen aufgerüstet. Also ich glaube jetzt 15 Divisionen, wenn wir die jetzt auch noch reingepackt haben, haben wir dann zusätzlich reingepackt. Und ja, dann ist unser Plan, den kennt ihr ja, aus der ersten Folge noch, ähm, erstmal Deutschland kaputt zu machen und danach dann Italien rausschmeißen, die fertig machen und dann die Benelux-Staaten angreifen, ne? Genau, wir haben jetzt aber irgendwie einen Bug, das ist ein bisschen scheiße, muss ich sagen, äh, nämlich, dass die Media Ideia oder sowas, also von Griechen hat diese Idee, die wir, für die wir mit Ja abgestimmt haben, nämlich, dass sie die Türkei hier besiegen wollen, dass das jetzt immer wieder bestätigt wird und wir dieses Event immer und immer und immer und immer und immer wieder kriegen. Das ist sehr, sehr nervig, aber ist jetzt halt so. Ähm, ist jetzt immer noch eine Aufnahmesession, mal gucken, wenn ich das Spiel speichere und das nächste Mal wieder reinkomme. Genau, diese, die kriegen wir jetzt immer hier, dieses Event. Ja, keine Ahnung warum. Vielleicht lasse ich es beim nächsten Mal einfach mal ablaufen, bis es von selbst weg geht. Ansonsten, wenn diese Folge endet, endet auch die Aufnahmesession, die erste, äh, die zweite Aufnahmesession und, äh, vielleicht geht das dann komplett weg. Mal gucken. So, jetzt habe ich aber viel gelabert. So, unser Land ist jetzt, äh, ja, auf einem guten Stand. Wir haben keine Kapitulationsgrenze mehr. Minus 50 Prozent oder was das war. Oder minus 70, keine Ahnung. Äh, ich glaube minus 50. Und wir haben wieder halt normal politische Macht pro Tag. Das Erste, was wir machen werden damit ist, auf Teilmobilmachung zu stellen. Übrigens, der spanische Bürgerkrieg hat auch geendet. Da können wir übrigens mal Militärzugang anbieten, machen. Denn wir wollen ja ein bisschen mit den Sowjets kooperieren. Wir haben zwar so den rechten demokratischen Weg hier genutzt. Hier, ne, den nationalen Block wiederbeleben. Und nicht den linken demokratischen, die Volksfront bilden. Ja, ich finde immer, das hier ist wirtschaftlich ein bisschen stärker. Aber vor allem, wenn man kommunistisch wird. Und der faschistische Weg ist ja sowieso sehr stark, ne. Aber wenn man komplett, also ich finde, Frankreich ist echt am stärksten, wenn man komplett faschistisch wird. Aber kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ist meine persönliche Meinung. Also ich finde das. Und Jugoslawien, genau, in der letzten Folge. Die haben es ja geschafft, hier, äh, immer mehr Marionetten herzustellen. So, wir lassen diese, dieses Scheiß-Event lassen wir jetzt einfach mal alleine von sich aus sich beenden. Die Münchner Konferenz. Jetzt wird es interessant, Leute. Die deutschen Forderungen an die Tschechoslowakei auf Abtretung des Sudetenlands, wo eine bedeutende Anzahl Volksdeutscher lebt, haben zu einer Krise geführt. In Vorbereitung eines Angriffs hat Hitler Truppen an der tschechoslowakischen Grenze positioniert. In der Hoffnung auf eine friedliche Lösung der Sudetenkrise werden in München derzeit Verhandlungen zwischen England, Frankreich, Italien und Deutschland geführt. Die Briten haben klargemacht, dass sie nicht beabsichtigen, wegen einer Streiterei in einem weit entfernten Land in den Krieg zu ziehen. Sollen wir ihrem Weg folgen oder werden wir unseren Verpflichtungen der Tschechoslowakei gegenüber nachkommen, indem wir ihnen unsere Unterstützung anbieten? Ja, wir sind jetzt schon an diesem Punkt angekommen, an dem ich ja gesagt hatte, ja, da müssen wir eigentlich in den Krieg eintreten. Aber Deutschland ist jetzt ganz schön stark. Die haben nämlich Österreich und wollen sich jetzt auch noch das Sudetenland unter den Nagel reißen. Verflucht sollen die Briten sein. Frankreich unterstützt seine Verbündeten. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ich will ehrlich gesagt nicht, dass die Briten jetzt hier bei uns ausgeschmissen werden. Da steht es auch. Vereinigtes Königreich erhält das Ereignis Frankreich-Kündigt-Bündnis. Das wollen wir nicht. Da müssen wir das... Ne, das macht keinen Sinn. Alleine gegen... Das war ein übelster Voicecrack, sorry. Alleine, beziehungsweise... Wir haben halt nur Italien, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel hat Deutschland denn? Britannien... Ja, das ist so viel. Das schaffen wir nicht. Also, wie viel hat Britannien? Ne, das brauchen wir gar nicht probieren. Ja, gut. Ach, jetzt habe ich das Event hier weggeklickt. Dann stehen die Tschechen jetzt alleine da. Ist dann halt so. Dann wird der Krieg gegen Deutschland normal. Naja, ein bisschen stärker. Ne, ein bisschen härter. Wir wollen jetzt mal gegen Belgien hier rechtfertigen und mal gucken, ob das was wird. Äh, außerdem unsere Armee ein bisschen vergrößern. Wir können jetzt zwar noch nicht in den Krieg ziehen. Oder ziehen noch nicht in den Krieg. Aber... Dafür können wir dann unsere Armee auch wenigstens ein bisschen vergrößern, ne? So, genau. Das lassen wir jetzt mal hier am Rande. So. Und die sollen erstmal weiter produzieren, die Waffen. Wir haben auch gleich schon wieder das Problem damit, dass wir mal wieder zu wenig Mannstärke haben. Gut. Dann ist das jetzt auch mal geschafft, gleich in fünf Tagen. Eigentlich würde ich das jetzt gerne machen. Aber die SSSR darf dafür nicht bestehen. Weil wenn Deutschland uns angreift, also wirklich uns, also Frankreich, dann hätten wir die Garantie von Russland, dass die uns, äh, verteidigen. Ne? Also, dass sie mit den Krieg gegen Deutschland ziehen. Ist ja ganz gut. Äh, Freiheitsfront. Ja, das kommt jetzt auch nicht viel. Machen wir den mal in den Front abwerten. Ah, okay. Das Event kommt die ganze Zeit. Egal. Ich hoffe, dass es nach der nächsten Folge dann endlich weg ist. Äh, ne. Am Ende dieser Folge endlich weg ist. So. Okay. Dann sind unsere Fabriken gleich auch fertig. Wenn wir hier noch ein bisschen, äh, Infrastruktur zu bauen. So, hier auch, wo wir ein paar Ressourcen haben. Oh, jetzt haben wir nur noch 8.000 Mann hier. Dreie Mann Stärke. So, und jetzt gehen wir auf Teilmobil-Bemachung. Und jetzt geht's wirtschaftlich voran, Leute. Jetzt geht's richtig. Jetzt geht's richtig ins Vorhinein. Aber richtig. Ähm, ja. Wenn Deutschland jetzt gleich angreift, beziehungsweise erstmal werden jetzt gleich die tschechische Luarkei einfach annektieren. Ist ja unwahrscheinlich, dass die Tschechen sich noch wehren können und wollen. Äh, wenn die uns aber angreifen, wenn wir im Krieg sind oder wie auch immer, dann können wir erstmal hier einmarschieren in die ersten Regionen. Äh, werden wahrscheinlich, ich denke mal, hier ungefähr gestoppt. Also genau vor dem Fluss stehen bleiben, was schlecht ist, denn, dann kommen wir nicht weiter. Großreich Litauen. Diese werden sogar faschistisch. ETF. Ja, okay. So. Jetzt ist unsere Armee schon über eine Million groß. Das ist ganz gut. Das können wir sehr gut gebrauchen. Den Fonds abwerten. Können wir noch besser gebrauchen. Noch. Noch mehr gebrauchen. Da haben wir nämlich unsere Fabriken für Konsumgüter. Minus 16 Prozent, glaube. Genau. Und sind die immer noch im Krieg gegen Pakistan? Ey, das gibt's nicht. Krank. Wie viele haben die denn schon da gelassen? An Toten? 173.000. Ey. Aua, 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 aua. Das tut weh. Ja. Ähm, unsere... Ey, wir haben hier noch Luftwaffe hängen. So. Können wir hier weiterforschen. So, hier haben wir keine Luftwaffe mehr. Ich würde mal sagen, wir ziehen mal unsere gesamte Marine ein bisschen zusammen hier. Und zwar nach hier. So. Und dann wollen wir jetzt mal Basis stabilisieren. Machen wir mal das hier. Kriegen wir mehr, ähm... Kriegen wir mehr... Äh, Infrastruktur. Und die sind jetzt im Krieg gegen den Irak. Da, sag ich euch ehrlich, da will ich auch mitziehen. Denn Öl aus dem Irak zu bekommen, das ist sehr praktisch und sehr attraktiv. Was ist mit denen denn falsch? Jetzt greifen die den Niederlander an. Was geht denn jetzt ab? Okay. Okay. Alles klar. Sollen sie mal machen. Und den Iran auch noch. Okay. Okay. Alles klar. Können sie gerne machen. So. So. Ach, wir haben gar nicht genug. Nice. Gar nicht genug Mannstärke für den Scheiß gerade. So. Truppen sind gleich da. Nur wir haben gleich auch Krieg gegen Belgien. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt ziemlich bald. So. Pakistan und der Irak. So. Dann greifen wir mal mit an. Ja, wir sind sehr friedlich. Wir Alliierten. Sehr, sehr friedlich. Kennt man doch von uns. So. Dann machen wir hier mal Kriegspropaganda. Das können wir gut gebrauchen gerade. Äh, ein Prozent. Zwei Prozent haben wir. Na gut. Der war auch noch der Krieg gegen Pakistan mitgezählt. Okay. Probieren wir mal Bagdad zu erobern. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Magen hat gerade übelst geknurrt. Übel? Aber richtig. Glauben wir mal, man hat es nicht gehört. Kommen die jetzt alle rein, oder was? Nee, wir haben Krieg gegen so viele, ne? Und eigentlich sind jetzt auch noch Belgien. Ist ja auch noch Belgien jetzt dran. So, neue Waffen. Wir haben auch schon gleich. Wir gehen auch 1940 zu. Ich habe gar keinen Bock gegen den Iran, ne? Ich muss eigentlich erst mal Belgien klatschen. Wie lange hält unser Kriegsziel? Bis zum 6. April. Oh, die Rückkehr der politischen Gewalt. Scheiße. Das ist schlecht. Okay. Mosul möchte ich echt gerne haben. Ja, was ist das denn für eine Aufteilung? Ja, komm, egal. Nehme ich einfach. Ist auch egal. So. Und ab nach Belgien. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die so schnell jetzt erobern, die, ähm, die Iraner. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber gut. So, mein Magen hat mal wieder geknurrt. Ich bin dann immer ganz still. Weil dann vielleicht blendet mein Mikro das aus. Ja, ganz gut. Glaube ich. Gut, Kriegsziel. Oh, was ist jetzt los? Achso, China hat kapituliert. Da will ich lieber nicht hingucken. So, Autobahnen. Was können wir jetzt machen? Freiheitsfront. Jetzt könnten wir eigentlich diese politische Gewalt entfernen, ne? Ich glaube, wir machen erstmal hier Wiederbewaffnung der Marine. Dann kriegen wir nochmal vier Schiffswerften und ein bisschen Erfahrung. Vereinigt das Königreich. Ich setze Flottenabkommen durch. Okay. Die Deutschen haben gar kein Interesse daran, die Czechoslovakai zu annektieren anscheinend. Zumindest noch nicht. Das hier würde ich gerne machen. Das kostet aber 50. 50 Armee-Erfahrung. Aber uns fehlt es enorm an Mannstärke, ne? Deswegen setze ich jetzt mal auf umfangreich. Das wird wahrscheinlich richtig gnadenlos in die Hose gehen. Ah gut, wir probieren es. Wir probieren es. Oh nö, läuft aber gut. Ja, okay. Gut. Ich sag nichts. Wahrscheinlich haben die ihre Truppen auch noch ganz woanders. Daran könnte es nämlich auch liegen. Und wir können jetzt auch gleichzeitig die Niederlande angreifen. So. Arbeitermangel verschlimmert sich. Oh, Brüssel haben wir noch gar nicht. Scheiße. Okay, die Niederlande. Wir haben jetzt genauso viele Punkte wie die Briten. Und zwar haben wir hier jetzt. Ja, wir haben hier jetzt. Ich finde das hier ehrlich gesagt wichtiger, ne? So, und vielleicht können wir uns trotzdem noch was holen. Ah. Ach komm. Was ne Scheiße. Egal. Dann haben wir hier oben wenigstens noch was. Auch gut. So. Die Niederlande. Eine Marionette der Briten. Wer kennt es nicht? Einfach immer so. So. Das Schicksal der Tschechoslowakei. Ja gut, das hatten wir uns natürlich schon gedacht. Das Gute ist, dass wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt diese Front haben, können wir hier besser ins Rheinland nachher einmarschieren. Äh, wenn wir jetzt aber überhaupt noch die Gelegenheit dazu haben, weil Deutschland so stark geworden ist. Ja gut, das ist jetzt natürlich scheiße. Aber da können wir nichts machen jetzt. Wir könnten uns höchstens noch ein bisschen von Luxemburg gönnen. Beziehungsweise ganz Luxemburg. Ich glaube, ein bisschen von Luxemburg kann man sich hier nicht holen. So. 23.000 Waffen im Plus. Oh, sehe ich gerne, ne? So. Und noch. Oh, nochmal 20.000. Sehr schön. Alle Regionen. So. Dadurch haben wir jetzt auch ein paar Kolonien. Das ist auch gut. Okay, wie groß sind eigentlich diese? Ah, 18. Machen wir mal so. Okay, gut. Ach, wobei. Ich habe echt Angst, dass die Deutschen uns angreifen, ne? Aber wir müssen eigentlich hier bei Pakistan mal helfen. Oder hier beim Iran, meine ich eher sogar. Wenn wir gleich Truppen ausgebildet haben, dann können wir die ja immer noch in den packen. Ja, aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. In einem Abo oder in einem Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.